Diese was? Diese Blondung. So Freunde, was geht? Wir sind hier wieder vorm DIY-Studio. Wegen 9 Euro Ticket war Bahnfahren ziemlich krise. Ich konnte gefühlt nichts mitfilmen. Aber wir gehen jetzt rein mit dem lieben Catlix in die Session. Wir finden ein bekanntes Gesicht. Und jetzt muss uns Ole nur noch reinlassen. Ne, warte, was? Nicht liegen! So, schon mal hier diese Loops runterladen, damit wir gleich Session machen. Weil, wer kommt zu spät? Jansen, bester Mann! Nein, nein, die Sables sind vollständig. Ole, Ole, Ole. Ole, Ole. Tori, Bruder, wo bist du, Bruder? Wir machen hier draußen Session, weißt du? Heute gute Session. Heute mit dem lieben Catlix. Kennt ihr schon? Und Elias, wie das Song machen. Letzter Song war Crazy. Wann kommt er? Ja, muss gucken. Der Mann will mir noch neue Dings schicken. Und dann wieder. Und dann? Baba. Airdrop, guck mal Safari. Du hast mir den Link geschickt, auf den. Smar de Bui. Wann kommt er? Ja? I don't know, man. Hast du jetzt eigentlich gesehen, wie sich die Leute letztes Mal drüber aufgeregt haben, wie du Alchemy benutzt? Hast du das gesehen? We different, bro. Äh, was machen wir heute für einen Type Beat? Was machen wir heute für einen Type Beat? Meinen Type Beat. Es ist Catlix's Type Beat. Nein, 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 nein. Oh, mein Kollege folgt dir. Wir machen keine Type Beats. Wir machen keinen Type Beat. Put it up. She can't. Freunde, hier sehen Sie wie Tori ein Bass einspielt. 3-2-1. Ja. Chill, nochmal. Ja. Nochmal. Sagst du meinen Job weggenommen? Absolut. Absolut. So, einmal nochmal ganz kurz für YouTube. Was hattest du hier zu meckern? Okay, wir müssen jetzt Abstimmung machen eigentlich. Abstimmung? In den Kommentaren jetzt. In den Kommentaren jetzt. Wenn man rechts swipe. Dann geht das auch nach rechts? Nein, dann muss man nach links gehen. Wenn man nach links swipe, muss man nach rechts gehen. Nein. Alle, alle, die einen Mac haben, kommentiert jetzt sofort bitte eure Meinung dazu. Genau. So, Ole ist jetzt, äh, draußen. Und wir machen den Track jetzt einmal fertig. Mike wird umgetauscht nach da hinten. Echt? Ja, du. Oh mein Gott, ich bin ja kein Rapper. Ich glaube, mit meinem neuen Crocs und auf meinen neuen Crocs. Das musst du jetzt, ne? Mein Gott. Ja. 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 Ich glaube, ob ich die Vocal-Trade habe. Ich mag meine eigentlich schon sehr. Ja, ich bin auch. Okay, aber das funktioniert. Alles gut. Main Character, Hamburger Student. Ein moment, eben im Moment. Warum suchst du mal das, was ich gerade nicht hab? Und warum bin ich mit Frieden? Tori, was sagst du? Ich suche jahrelange Liebe, aber... Der Spaß kam leider ein bisschen zu spät, man. Ey, Tori, gehen wir jetzt in ein fresheres Studio, oder? Es ist so fresh. Nee, es ist kleiner. Ja, stimmt. Eigentlich ist das viel kleiner. Ja, ich könnte auch später sagen. Ja, warum gehst du so früh? Was ist das? Viel beschäftigter Mann und so. Oh mein Gott, oah! Ja, auf jeden Fall kleinerer Raum. Echt nicht so gut, dass wir jetzt hier sein müssen. Tori, ciao, ciao. Tori, I'm a free. Mario Kart sagst du? Ist gerade um die Ecke. Welches Lauf ist drin? Es ist und flauschig, geht schon wieder los. Mach's nochmal, fest und flauschig bitte aus dem Fenster. Mach's im Fenster? Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Und vom Fahrschaut hoch. Oh Gott, Diggele. Hey, Sprayシ emo! Oh Gott! Ich bin ein Anfänger und so. Okay, gut in dir? Ja. Ich hab mir den Fit von Catlix geklaut. Was sagst du, Bro? Zeig doch nicht TikToks. Redflex bei Männern. Dieses Interface. Weg. Renn weg. Renn weg. Ist das Focusrite? Ja, ist Focusrite. Brudi, was machst du? Ich hab gestern wieder wie so ein 8-Armiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Hey, 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 hey. Hey, Brudi, hau rein. Mich ist ja gefreut wie immer. Wir sehen uns. Folgt mir auf Spotify, danke sehr. Mach's gut, hau rein. Hey, Freunde. Session war eigentlich ganz entspannt. Ja, man. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Folgt Ola auf Instagram. Alles Link. Danke für euren Support in den letzten Days. Ist crazy, Digga. Das Vlog und Blog. Danke auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende oder nächste Woche im nächsten Vlog. Und Wiederschauen und Rheingauen.